Hi Leute! Ich wollte euch nur mal kurz einladen in die Community-Gruppe und zwar habe ich eine kleine Gemeinschaftsgruppe direkt hier auf Facebook gegründet und würde mich freuen, wenn ihr da reingeht, könnt euch da austauschen und ja ich habe einfach gemerkt, wie es mir selbst immer unglaublich geholfen hat mich da auszutauschen, gerade wenn ich irgendwie nicht weitergekommen bin, nicht wusste was ich da machen soll und dafür habe ich einfach diese Community-Gruppe gegründet und ist darunter verlinkt, könnt ihr einfach reingehen. Ich würde mich freuen, wenn es da immer mehr Austausch geben würde, dass man sich da wirklich einfach zusammentun kann und gerade in Deutschland ist es so schön sich da gegenseitig auf dem Weg zu unterstützen. Also wenn ihr Interesse habt, schaut einfach unter dem Video und bei der Gelegenheit, wenn ich es noch nicht mitbekommen habe, der Happy Life Kurs. Der ist jetzt auch wieder gestartet, gemeinsamer Start. Also falls ihr da noch Interesse dran habt, ist der 30-Tage-Kurs. Dazu gibt es nämlich auch noch eine Facebook-Gruppe Happy Life Community. Genau. Und da könnt ihr auch reingehen, wenn ihr an dem 30-Tage-Kurs teilnehmt. Genau. Und bis 4. März gibt es noch einen 10-Euro-Gutschein, wenn ihr euch anmeldet. Also am 12. März ist der Start. Genau. Und bis 4. März, wenn ihr euch noch anmeldet, kriegt ihr noch einen 10-Euro-Gutschein. Beziehungsweise wenn ihr euch in den Rohkostreinigungsweg, in diesen umfangreicheren Video-Kurs einschreibt, dann kriegt ihr sogar einen 30-Euro-Gutschein bis 4. März. Genau. Ja. Das war's eigentlich. Ansonsten macht's gut, Leute. Und dann sieht man sich hoffentlich in der Facebook-Gruppe wieder. Bis dann. Ciao.